Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival, das Überlebensspiel, das einen fertig macht. Ich wollte doch eigentlich Metallschrott und Komponenten und sowas holen, aber wisst ihr was? Haha, hallo, jetzt. Ich hasse diesen schönen Leck, ich müsste mir mal, genau, Option, Display, so, ich lasse mir jetzt die FPS anzeigen. Ich spiele mit 45 FPS, jetzt geht's runter. Ich kapier das nicht. Jetzt waren's knapp, äh, 50 FPS. Ey. Ich versteh's einfach nicht, warum. 30 FPS. 40. Ich lasse jetzt die Anzeige einfach mal oben rechts in der Ecke laufen, jetzt sind wir bei 54 gewesen. Okay, ich weiß, dass es wirklich was mit dem Rendern der Map zu tun hat und, 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 und. Early Access. Aber dass das so arg ist, hätte ich natürlich nicht gedacht. So, Steine können wir auch immer gebrauchen, falls wir nochmal Feuer machen. Es tut mir leid, mein nicht vorhandenes Kind, ich hoffe, ich werde hier auch nie ein Kind haben. Aber, das Dreirad muss verschwinden, das nervt. Und, als Abschluss, jippie, und jetzt weg mit dem Scheiß, den braucht man, ey. So, badim, badim. Ähm, Uhrzeit, zwölf Uhr fünf in-game. Ja, hier hat uns jetzt deutlich mitgekriegt. Da ist was verschwunden, das musste gerendert werden. It's out, girl, like. So. Metallschrott und Stöcke. Metall, oh. Sprachenhammer. Tür geht nach außen auf. Werkzeug. Hier, Hammer. Die Säge nehmen wir vorsichtshalber mal mit. Äh, hier. Klatsch, klatsch, klatsch. Puff, puff, puff. Und, da ist der Minigrill fertig. Und ich hab kein Fleisch. Soll ich das mal aufgefallen? Ich habe noch kein Stückchen Fleisch gefahren. Zwei Holzbretter. Holz. Oh, die haben wir sogar im Inventar. Okay. Äh, das. Ey, das ist jetzt hier. Nee, komm. So, das wird unser Holzschrank. Jetzt müssen wir aber wieder definitiv auf Farmingtour gehen. Denn ich habe auf Teufel komm raus definitiv nichts mehr, was ich hier verballern könnte. Und ich will Häuserloot, ne? So. Die Zeit haben wir noch. Ähm. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wenn wir noch welche finden, nehmen wir die auch. Dann gucken wir mit. Ähm. Ja. Waren wir jetzt dem hier schon drin? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein. Hier waren wir noch nicht drin. Hier sind sie noch. Da steht da, der Arsch. Ja, komm. Warum kommst du nicht raus? Du Lötscher. Komm, ich will den Headshot verpassen. Oh. Gangpowder. Läuft. Oh, Metallshot. Das ist auch... Ja. Echt gut. Stoff. Einmal aufbrechen. Natürlich. Ein Hammer. Oh. Scheiße. Oh. Medizin. Ach, warum hab ich jetzt geschossen? Ich voll dapp. Scheiße. Habe ich gleich wieder ein paar Drohnen verschwendet. Nee. Ach. Ja, gut. Headshot. Headshot. Hehehe. Boah, dann nehme ich halt die Treppe, wenn er mich hier rüberlässt, Geländer. Klebeband. Warum trägt ein Zombie Klebeband mit sich rum? Und... Oh, Essen. Hier, bevor ich meine letzten Patronen auch verballere. Ähm... Neun Millimeter. Eine leere Flasche. So, einmal aufbrechen. Zack, zack. Oh, da ist noch eine Flasche. Ähm... Riffle Armour. Super. Komm, drei. Oh. Und Basie. Wisst ihr was? In dem Moment. Kurz hier nachladen. Die drei Schuss. Damit ich wieder ein Inventarslot frei habe. Ja. Zwei frei. Da können wir noch was looten gehen. Mal gucken was. Beziehungsweise, ich kann ja auch mal was essen und trinken hier. Dann haben wir gleich ein bisschen mehr Platz. Die Geräuschkulisse, die gefällt mir. Man hört, wie eine Dose aufgemacht wird. Man hört, wie er isst und trinkt. Okay, eigentlich ist das nicht toll, aber... Ja, da oben. Wir wollen versuchen, bei denen dort mal anzukommen. Die haben mich nämlich, wo ich mir die Map das erste Mal angeguckt habe, verfolgt und abgeschossen. Die Schweinebacken. Da läuft der erste. Da steht der zweite. Da läuft der dritte. Diese Wichser. Ja, beim ersten Mal hatten wir nur zwei eine Waffe. Komm, ich muss einen Ticken runter. Bleibe still. Ich hab nicht getroffen. Äh, Nebel. Noch beschissener. Scheiße. Da hab ich einen Grund, mein Inventar auszulernen. Nein. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Der kommt einfach aus heiterem Himmel. Ey, ist mir egal, ob die mich verfolgen. Weg hier. Ja, da ist grün. Das ist mein Haus. Oh, scheiße. Warum hab ich den Idioten nicht getroffen? Wie macht man das mit Kim und Korn? Sonst hab ich immer mit Offsatz gespielt. Mit die Ballerspiele. Hier. Wisst ihr was? Wir machen das gleich einfach. Drei Stunden schlafen und dann ich schon wieder. Ja. Der ist immer noch. Jetzt ist er weg. Wo es fast Nacht wird. Geil. Geil. So. Medizingedöns kommt hier rein. Das Gunpowder hauen wir hier mit rein. Hier die Flasche. Der Basic kommt bei Waffen mit rein. Das Zucker kommt bei Essen mit rein. Und der Rest kommt hier erst einmal mit rein. Ähm. Nein. Hier. Das. 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 Hier haben wir einen neuen. Einen neuen Hammer. Und das kommt erst einmal da hinten rein. Scheiße. Wie sieht's denn aus. Es wird halt gleich dunkel. Es lohnt sich nicht wirklich jetzt nochmal. Äh. Scheiß drauf. Wir gehen da nochmal hin. Äh. Das. Muss. Wirklich. Direkt dort oben drüber sein. Dann hab ich jetzt über den geschossen. Mann bin ich doof. Äh. Der Kanister hab ich gut. Gut. Dann. Versuchen wir's auf ein neues. Ich hoffe mal, dass die sieben Schuss reichen, die ich hab. Sonst muss ich mir erst neue Munition holen. Da ist eins. Da ist zwei. Wo ist Arschloch drei? Oh. Oh, der geht in den Wald. Das ist gut. Na, wann bleibst du stehen? Da bleibst du stehen. Hallo? Wieso läuft denn der Wichser weiter? Was ist denn mit dem? Jetzt steht er. Nee. Doch. Nein, leck! Leck! Scheiße! Scheiße! Ich hab keine Munition mehr. Das heißt, wir müssen Munition suchen, gell? Erstmal schnell aufs Messer wechseln. Oh Gott, da sind sie ja. Aber die schnappen wir uns auf jeden Fall noch. So. Jetzt hier. Batterie kann ich nicht nehmen. Nein. Hatte der noch Benzin im Tank? Nein. Gut. Oh, es wird dunkel. Das ist nicht schön. Ich will die Nacht eigentlich in einem Bett überspringen. Und nicht irgendwo ausharren. Ach, schau mal an. Hier haben wir ein Hotel. Hier sind wir doch vorhin vorbei. Am Anfang vorbeigelaufen. Dann holen wir uns erst mal schnell das Benzin. Palim, palim, paluf, luf. Leck. Oh, tsch. Da ist... Oh, oh. Ach nee, hier waren wir ja schon. Stimmt. Scheiße, da unten ist der Bär. Das heißt, ich kann hier drinnen in Ruhe looten. Oh. Oh. Ich hab's gesehen. Da ist einer. Nee. Die lassen wir mal in Ruhe. Äh. Der ist komplett leer. Der ist komplett leer. Wow. Eine Zigarette. Ich als Raucher würde mich ja jetzt freuen über dieses schöne Geschenk. Mach ich aber trotzdem. Batterien. Cola. Leck. Wieder Batterien. Leer. Medizin. Was? Flasche. Na ja, komm. Leer. Leer. Ey, was ist das? Ich will zu viel Batterien. Kann man mit den Batterien das hier machen? Nee. Äh, essen. Leer. Schon wieder Batterien. Ernsthaft. Ey. Ich mach hier bald einen Batteriehandel auf. Dann gucken wir nach oben die zweite Etage an und dann machen wir uns erstmal wieder auf Rückweg. Weg. Ach Gott, ich renne hier einfach rein, ohne zu gucken, ob hier was drin ist. Beziehungsweise auf mich lauert. Egal. Ich lebe allgemein gefährlich auch im Real Life. Ich lebe allgemein gefährlich, auch im Real Life. Oh, ne Säge. Die nehme ich dankend an. So. Oh, ne. Da sind wieder welche drin. Hier sind keine. Stoff. 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 Antibiotika. Ist auch immer gut. Stoff. Oh. Das heißt, wir müssen später auf jeden Fall hier nochmal looten. Und die letzten zwei Zimmer, die lassen wir mal in Ruhe. Scheiße. Keine Munition bekommen. Oh, shit. Ich muss auf den Bär aufpassen. Nicht, dass Teddybär hier ankommt und mich auf einmal von hinten zerfleischt. Was ist gefährlich? Da ist irgendwo der Teddybär. Hier die Viecher. Und es wird nachts. Ja. Och Gott, hab ich mich erschrocken durch das Blatt. Mann. Leck schön. So, kurzen Screenshot für die Folge gemacht. Und ich werde jetzt die Folge hier beenden. Und mich erstmal schnurstracks in meine Base begeben. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt. Entspannt genießt den Tag. Und bye bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.